Musik In jedem Wasserglas, in jedem Regenfass, da ist Musik drin, da ist Musik drin. In jeder Colaflasche, in jeder Reisetasche ist Musik drin, da ist Musik drin. Hallo, ich bin der Martin, also mit ganzen Namen heiße ich Martin Auer und ich bin einer von den Leuten, die sich für euch Gedichte und Geschichten und Lieder ausdenken und da was Bücher machen und CDs und so weiter. Diesmal habe ich mir was Besonderes für euch ausgedacht. Schöne Steine, die Musik machen, wenn man sie berührt. Ich habe mir gedacht, das ist mal was anderes als eine CD. Aber leider, sie sind verschwunden. Die Schatzkiste ist leer. Ha, ha, die habe nämlich ich mir geruhlt. Ich will sie alle für mich haben. Die gefallen mir nämlich gut, deine Lieder. Die sind so cool. Ha, 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 ha. Wer bist denn du? Ich bin das wilde kleine Walzradkind. Ich bin hier zu Hause und darum gehört mir alles. Alle Lieder gehören nur mir alleine. Aber hör mal, das geht doch nicht. Die wollte ich doch allen Kindern schenken. Ha, ha. Die habe ich so gut versteckt, dass sie niemand finden kann. Oh je, bist du jetzt traurig? Na gut, dann sollen sie sie halt suchen. Wenn sie finden, wo ich sie versteckt habe, dann dürfen sie sie behalten. Aber nur, wenn sie auch eine Rätselfrage beantworten. Weil, gell, ja, weil nur im Wald herumhupfen, das kann ja jeder. Ich teile meine Schätze nur mit denen, die sich auch in der Natur auskennen. So, bist du einverstanden? Na gut, okay. Na dann, macht euch auf die Suche. Na was ist? Geht schon. Los! Los, 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 los. Na geht schon. Marsch, marsch. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los.